Hitzewallung, Schweißausbrüche betreffen ungefähr 80% aller Frauen. Wo das Ganze herkommt, wie das funktioniert und vor allen Dingen, was man dagegen tun kann, das erkläre ich in diesem Video. 80% klingt nach einer Menge und das ist es auch. Wir haben täglich in der gynäkologischen Praxis mit Frauen zu tun, die unter Hitzewallung, Nachtschweiß, Schweißausbrüchen leiden. Das Ganze wird medizinisch zusammengefasst unter dem Begriff vasomotorische Störungen. Die Frage, die immer wieder aufkommt, ist auch, wie lange habe ich das jetzt? Und statistisch kann man auch eine Aussage treffen, 7,4 Jahre lang. Das ist der Mittelwert. Es gibt Frauen, die haben es natürlich wesentlich kürzer. Es gibt aber auch Frauen, die haben zehn Jahre und länger unter diesen Hitzewallungen zu leiden. Aber, und das ist das Schlagwort, muss man nicht. Es gibt nämlich auch Therapieformen. Um aber erstmal die Therapieform verstehen zu können, müssen wir uns erstmal anschauen, wie kommt es überhaupt zu diesen Hitzewallungen? Scheint ja irgendwas mit den Hormonen zu tun zu haben. Denn warum tritt das sonst gehäuft rund um die Wechseljahre auf? Das ist auch ein gutes Schlagwort. Es ist gehäuft in den Wechseljahren, aber eben nicht nur. Es gibt Medikamente oder auch Vorerkrankungen, die einen vorzeitig Hitzewallungen, Schweißausbrüche erleiden lassen. Wir denken da alle auch an Chemotherapie oder andere Therapieformen, wo es zu frühzeitigen Wechseljahreserscheinungen kommen kann. Was passiert da genau auf hormoneller Ebene? Das ist hochkomplex und in der Kürze gar nicht so leicht zu erklären. Ich werde es trotzdem versuchen. Vor allem auch Frauen in der Prämenopause, also dem Zeitraum vor dem Ausbleiben der Periode, haben gehäuft mit Hitzewallungen zu tun. Frauen in der Postmenopause haben oft Ruhe. Das liegt daran, dass wir einfach Gewohnheitsmenschen sind und der Körper, vor allem das Gehirn, sich an einen Mangelzustand der Hormone gewöhnen kann. Aber gerade in der Prämenopause kommt es zu erheblichsten Schwankungen der Hormone. Man stellt sich das immer so linear vor, dass die Hormone, vor allem Östrogen und Progesteron, so langsam abschmieren. Und das zeigt man ja auch in den meisten Grafiken. Das stimmt auch von der Tendenz. Aber in diesem Abfall sind erhebliche Schwankungen drin. Es gibt also Tage und Wochen, da hat man extrem viele Hormone. Eine Östrogendominanz, wo man auch viele Eisprünge haben kann. Und es gibt Phasen, wo man wirklich in einem Tal steckt, wo man ganz wenig Östrogen hat. Und dieses Auf und Ab, dieses Durcheinander der Hormone bringt eine Struktur ganz besonders durcheinander. Und das ist der Hypothalamus. Der sitzt im Gehirn und dort in dem Hypothalamus gibt es einen Bereich, der für die Thermoregulation zuständig ist. Die Thermoregulation ist deswegen wichtig, wenn ich rausgehe und es sind minus 10 Grad und ich habe nichts an, dass mein Körper versucht, gegen diese Kälte anzuzittern und Wärme zu produzieren. Im Gegensatz dazu, wenn es draußen 40 Grad sind, versucht mein Körper natürlich durch diese Thermoregulation wieder auch Hitze oder auch Wärme zu verlieren. Ich fange an zu schwitzen, mein Körper wird rot. Und das kennen natürlich auch viele Frauen bei diesen Hitzewanderungen. Wer das noch nicht gehabt hat, man kann es sich so vorstellen, als ob man in der Schule oder irgendwo ertappt wurde und es einem binnen von Sekunden von unten nach oben überfährt an Hitze. Man wird rot, man kriegt Flaschs und man fängt wirklich am ganzen Körper an zu schwitzen. Selbst das Händeschütteln von anderen Menschen wird da sehr unangenehm, weil die schweißnass sind. Das kann aber auch so weit führen, dass man nachts drei, vier, fünf, sechs T-Shirts wechseln muss, weil die alle nach weniger Zeit komplett durchgeschwitzt sind. Und ihr hört es schon raus, das ist ein erheblicher Leidensdruck. Man stelle sich vor, man muss fünf, sechs Mal in der Nacht aufstehen und ein T-Shirt wechseln. Wie sehr da der Schlaf geraubt wird, unabhängig davon, dass ein Hormonmangel ja eh schon Schlafstörungen macht. Dazu habe ich aber ein eigenes Video gemacht. Allgemein würde es sich empfehlen, die Playlist Wechseljahre auf diesem Kanal nochmal anzuschauen. Da werden nämlich einige Beschwerden und einige Umstände besser und deutlicher erklärt, als ich es in diesem Video jetzt könnte. Bei Frauen rund um die Wechseljahre und mit diesen Hormonschwankungen kommt dieses thermoregulative Zentrum jetzt einigermaßen durcheinander. Ihr könnt euch das so vorstellen, als wenn da ein Toleranzbereich vorprogrammiert ist. Und in diesem Toleranzbereich bewegen wir uns. Wenn ich jetzt hier ins nächste Räumchen gehe und da ist ein Grad weniger, dann fängt mein Körper jetzt nicht sofort an zu zittern, um Wärme zu produzieren, sondern das liegt noch im Toleranzbereich. Ich muss also nicht körperlich jetzt anfangen, irgendwelche Reaktionen zu zeigen. Bei Frauen in den Wechseljahren mit diesen Hormonschwankungen wird dieser Toleranzbereich immer und immer kleiner, so dass kleinste Veränderungen in der Körperkerntemperatur oder auch äußere Einflüsse, das Säckchen am Abend oder der Wein oder ein Kaffee, kann dazu führen, dass eine überschießende Wärmereaktion passiert. Man fängt also maximal an zu schwitzen, weil der Körper denkt, um Gottes Willen, es ist ja viel zu warm hier drin. Es kann also tatsächlich was mit der Gradzahl zu tun haben, wenn ich rausgehe, reinkomme oder in ein Geschäft reingehe. Es kann aber tatsächlich auch äußere Einflüsse geben, sogenannte Triggersubstanzen. Dazu zählen Koffein, Nikotin und vor allen Dingen auch der Alkohol. Es gibt aber auch wirklich andere Sachen, wie zum Beispiel die Tafel Schokolade, wenn man abends zwei, drei Stückchen isst und auf einmal Flasches bekommt. Das sind alles Triggersubstanzen. Die sind auch wichtig in der Therapieform, zu der wir gleich noch kurz kommen wollen. Das Ganze kann wenige Sekunden anhalten und mehrere Minuten und ganz unterschiedlich oft am Tag vorkommen. Es gibt also Frauen, die 10, 15, 20 Mal am Tag Hitze haben und es gibt Frauen, die das alle 3, 4 Tage mal haben für ein paar Minuten. Der Leidensdruck ist also sehr individuell unterschiedlich, je nachdem wie ausgeprägt es ist. Östrogen, Progesteron und die anderen Sexualsteroide haben auch einen erheblichen Einfluss auf andere endokrine Systeme. Nicht nur die Schilddrüse, auf der ich auch oft gerne rumhacke, sondern eben auch auf einem anderen Neurotransmittersystem. Serotonin und Noradrenalin, das sind zwei ganz wichtige Neurotransmitter, die extrem viele Aufgaben im Körper haben. Und diese schwankenden Hormonwerte, Östrogen und Progesteron, scheinen das Serotoninergesystem, so heißt das auf Schlau, einigermaßen durcheinander zu wirbeln. Weil man hat gesehen, dass Therapeutika-Medikamente, die auf dieses System einwirken, das sind Antidepressiva zum Beispiel, funktionieren. Also Antidepressiva können funktionieren bei Hitzewallung, komme ich aber gleich noch zu. Wir haben also jetzt grundsätzlich einigermaßen verstanden, warum das Ganze überhaupt passiert, was da genau passiert mit dem Toleranzbereich. Und das ist auch, glaube ich, der erste Therapieansatz, diese Triggersubstanzen. Wenn du also merkst, nach den zwei Stückchen Tafel Schokolade, nach dem Kaffee oder irgendwas anderes, das lässt dich eine Hitzewallung haben. Das lässt dich wirklich Schweißausbrüche erleiden. Dann musst du dir diesen Umstand merken. Es macht also Sinn, sich das auch aufzuschreiben. Zu welchem Zeitpunkt, unter welchen Umständen ist die Hitzewallung passiert? Das kann helfen, nennt sich dann Verhaltenstherapie, solche Triggersubstanzen eben zu vermeiden. Bei den Frauen, die ich gerade erwähnt habe, die das aber zehnmal am Tag haben, hilft da gar nichts. Denn da ist es wirklich entkoppelt und hier muss anders medikamentös vorgegangen werden. Und alle Studien, alle Evidenz, die Leitlinien, alle Expertinnen sind sich einig, es hilft am besten eine Hormonersatztherapie. Das macht ja im Umkehrschluss auch Sinn. Man gibt dem Körper jetzt das zurück, was ihm gerade fehlt, beziehungsweise was komplett durcheinandergekommen ist. Gerade mit einer bioidentischen Hormonersatztherapie, also körpereigene Hormone, helfen bis zu 95 Prozent dieser Hitzewallung binnen weniger Wochen zu eradizieren. Den Frauen geht es wirklich in wenigen Wochen viel, viel besser. Jetzt gibt es aber auch Frauen, die keine Hormone nehmen dürfen oder auch wollen. Was können die denn jetzt tun? Neben der Verhaltenstherapie, die wir gerade schon angerissen haben, spielen natürlich auch die pflanzlichen Therapieformen eine Rolle. Allen voran kann man hier die Phytoöstrogene nennen, das sind pflanzliche Hormone. Es gibt also einige Pflanzenarten, Hopfen, Rotklee, Sojaprodukte vor allen Dingen, die Phytoöstrogene enthalten und die eine ähnliche Wirkung am körpereigenen Östrogenrezeptor ausüben können. Diese Phytoöstrogene binden also wie das körpereigene Östrogen an den Östrogenrezeptor, machen nicht ganz die komplexen Aufgaben wie das normale Östrogen, aber können hier auch schon Linderung schaffen. Welche genau Dosierung dann nötig ist und was beachtet werden muss, erfahrt ihr alles in meinem Online-Wechseljahrskurs, den es auf www.richtiggewissen.de gibt. Des Weiteren gibt es auch pflanzliche Stoffe, Kimi-Kifuga, auch Traubensilberkerze genannt, deren Extrakt aus dem Wurzelstock nachweislich bei Hitzewallungen helfen könnte. Man muss da ein bisschen im Konjunktiv sprechen, weil die Studienlage sich nicht ganz einig ist. Es liegt so ein ähnlicher Effekt da wie bei der Placebo-Gruppe, also die, die überhaupt keinen Wirkstoff genommen haben, aber durch den Placebo-Effekt einen Benefit haben. Da liegt Kimi-Kifuga wahrscheinlich ein bisschen drüber. Ein Versuch ist es allemal wert, wenn man keine Hormone nehmen darf oder möchte. Kommen wir jetzt zu den Antidepressiva. Das ist ja hochspannend. Diese Antidepressiva wirken so, dass sie dieses Serotonin oder das Noradrenalin nicht wieder aufnehmen lassen vom Körper. Es verbleibt also länger in dem synaptischen Spalt, also im Körper kann man sich vorstellen und kann dadurch natürlich auch länger und besser wirken. Und diese Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder die kombinierten Wiederaufnahmehemmer, Fluoxetin, Citalopram, Paroxetin, sind so ein paar Klassiker aus der antidepressiven medikamentösen Therapie. Das ist auf jeden Fall auch ein Versuch wert als Second-Line-Therapie. Bedeutet, es wäre jetzt nicht das Erste, was man probieren würde, aber wenn es Kontraindikationen gibt, oder die Frau keine anderen Alternativen hat oder nicht funktioniert, kann man das bei Hitzewallung probieren. Nachweislicher Effekt von ungefähr 60 Prozent ist da zu erwarten. Eine Reduktion dieser Hitzewallung von ungefähr 46 Prozent erreicht Gabapentin. Das kennt man aus der Schmerztherapie oder der antikonvulsiven Therapie. Gerade auch bei den Restless Legs ist das ein Begriff, ein Medikament, was eben nicht gegen die Hitzewallung jetzt zugelassen ist, aber eben auch diesen Effekt hat, dass ungefähr um die Hälfte Reduktion der Hitzewallung kann. Kann also auch eine Alternative sein, wenn jetzt wiederum die Antidepressiva und die davor genannten nicht in Frage kommen. Komplexes Thema, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Gerade diese Hormonschwankungen in der Prämenopause lassen Hitzewallung aufblühen, weil Serotonin und Nonadrenalinsysteme durcheinander kommen und Einfluss haben auf diesen Toleranzschwellenwert, den wir alle in uns haben. Und gerade bei den Frauen, die da um die Wechseljahre sind, ist das sehr ausgeprägt und kann unglaublich störend sein. Ja, die Verhaltenstherapie muss man schauen, was triggert mich oder was triggert diese Hitzewallung, um das rauszubekommen. Ist ein absoluter Mehrwert, wenn man es rausbekommen hat und das weglässt und die Hitzewallung werden nachweislich weniger. Die Hormonersatztherapie sicherlich als absolute Benchmark bei der Therapie mit fast einer Garantie, dass es besser werden kann. Aber auch dagegen gibt es natürlich Kontraindikationen, Nebenwirkungen, die man nicht tolerieren möchte. Oder man hat eben eine Abneigung gegen eine Hormonersatztherapie. Dann kommen diese Dinge zutage, die ich gerade genannt habe. Die Ernährung in den Wechseljahren spielt sicherlich eine wesentlich größere Rolle, als wir bisher angenommen haben. Auch hierzu gibt es schon ein Video, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Themenwünsche habt, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.